Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie viele Action-Dosen ich zu Hause habe. Los geht's! Hier sind schon mal die ersten zwei Dosen. Eins, zwei. Drei, vier. Fünf, sechs. Sieben, acht. Neun, zehn. Elf, zwölf. Dreizehn, vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Einundzwanzig, zweiundzwanzig. Dreiundzwanzig, vierundzwanzig. Fünfundzwanzig, sechsundzwanzig. Siebenundzwanzig. Achtundzwanzig. Neunundzwanzig. Dreißig. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 Dosen Action habe ich zu Hause. Das ist echt eine Menge. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.